Herzlich willkommen zu einem neuen Video, hier auf dem Kanal. Kurzbalancen 2019 und heute fahr ich zum ersten Mal mit der EFV-Szene bis nach Essen. Bis nach Essen Steele. Bis morgen ein Jahr ist die EFV-Szene nur zwischen Essen Hauptbahnhof und Borgen gefahren. Und seit letztem Jahr wird die EFV-Szene bis nach Essen Steele durch. Und seitdem beschweren sich die Leute und Anwohner, dass diese Talenzüge richtig laut seien. Und ich schaue zu diesem Talenz von der Vestbank. Richtig schöner und richtig super. Ich will sitzen und ich fühle mich einfach richtig, richtig wohl. Ein sehr, sehr schöner so. Ich finde die Talenz wirklich sehr schön. Leider bin ich noch nicht mit der elektrischen Version von dem Talenz gefahren. Ich finde, man hat sich durch die Lüfte ein bei der EFV-Szene. Die größte EFV-Szene. Hier sind wir für EFV-Szene. Ich bin weiß. Wir schauen uns noch mal nach Essen. Das Neuer ist jetzt. Ich bin ein paar Tage zu sehen. Ich bin ein paar Jahre aus der EFV-SZene. Ich bin ein paar Jahre aus der EFV-Szene. Wir verabschieden uns von mir und freuen uns die Weitung der Reifelsung der Nordwestbahn begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und seit diesem Jahr, seit dem Westen vom Oberwesten, wir haben eben die 7. Woche vor 100 Woche, der Brunnen- oder 2 Brunnen- oder mittlerweile, fährt die so ein Fieschen eines Flügels so bis nach Dorsten und der Brunnen- oder ein Subteil fährt weiter bis nach Orgen und neben dem Subteil fährt dann weiter bis nach Großfeld über Surrey. Und damals wurde der RB45 der Großfelder mit dem bin ich auch schon gefahren. Ich weiß nicht, ob ich auch vom Video gemacht habe, aber ich denke nicht, dass ich wirklich schön als Flugbring schreibe, wieder Sultalen zu fahren. Denn auf meiner Heimatlinie, nämlich der RB1 ist ja gern hauptwächtlich, moderne Diembahnen von Lippenlind. Der Bau war 6x48. Und nicht nur die Sultalen von der Deutschen Bahn, die waren wirklich sehr schön, auch sehr schön. Ich finde die Aufsicht von der Brunnen- oder Weckmann schön. Ich finde auch eine Lappbahn und eine Toilette, die ist ja auch natürlich. Mal schauen, die Neuen haben wir noch. Neue LF-Fäschen, wir müssen wir werden zum LF-Fäschen, die muss immer schon nach Münster werden. Das ist jetzt alles richtig. Und ich muss jetzt leider schon echt ansteigen, aber ich entscheide uns das Ganze kaufen. Warte aber vor, ich muss noch ein bisschen stiller Warte. Außenwarten sind hier auch vollbrechliche Türen. Türen ist noch nicht. Türen, also. Wir schauen noch ein bisschen jetzt. Und das ist jetzt gilt ein schöner Alar. Wir werden jetzt hier, die Stiftung kommen in die Alar. Hier gibt es auch eine moderne ÖPNV-Haltestelle, der Ton ist hier ausgesucht. Schau mal hier, wo kommen Sie denn dazu? Die finden Sie einfach hier. Bei den meisten müssen die Buchstaben stehen. Hier sind alles wichtige drauf. Es ist wichtig, dass man vom Großfeld aus direkt ohne so einen Umstieg in so einen Dursten bis nach Essen durchfahren kann. Der vordere Zugteil fährt weiter durch den Borden und der hintere Zugteil fährt in Richtung Großfeld. Das war's auch schnell mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.